Musik Die wurde aus familiären Gründen abgegeben. Wie alt ist sie? Zirka sechs Jahre. Was haben Sie für Erfahrungen mit ihr gemacht? Gutmütig. Gutmütig. Kara aus dem Tierheim Hasford sucht auf diesem Wege neue Freunde fürs Leben. Ja, man hat noch Fellprobleme, das wird also noch kuriert, aber das ist eben durch die Vorbesitzung gekommen. Die Golden Retriever Hündin ist seit etwa vier Wochen im Tierheim. Die Behandlung der Fellprobleme schlägt gut an und sie kann ab sofort in gute Hände abgegeben werden. Für die neuen Besitzer noch ein Tipp. Damit sie noch ein bisschen besser hört, das muss ich noch ein bisschen lernen. Und ja, also Hundeschule wäre schon nicht schlecht auf jeden Fall, wäre nicht verkehrt. Immerhin, Kommandos wie Sitzplatz und Komm beherrscht die wunderschöne Kara schon perfekt. Gerade für Familien mit Kindern ist die Hündin bestens geeignet. Allerdings, sie ist für ihr Alter von sechs Jahren noch sehr bewegungsfreudig. Mindestens zweimal am Tag sollte sie sich so richtig austoben können. Wenn Sie Kara kennenlernen wollen, wenden Sie sich an das Tierheim Hasford, Telefon 09521 1615. Seid. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020